Der Waldverband Salzburg ist mit seinen 8.000 bäuerlichen Mitgliedern der Servicepartner für Waldbesitzer. Zur Waldbewirtschaftung gehört mehr als nur Bäume. Es sind die Menschen und Familien, die die hohe Vielfalt mit ihren unterschiedlichen Zielsetzungen in den Wald bringen. Dazu gehört besonders auch der Nachwuchs, um die Waldbewirtschaftung enkeltauglich zu machen. Aber vor allem ist es uns sehr wichtig, das ist der Mensch. Und da ist der junge Mensch jetzt gemeint. Die Jugend, die muss wieder begeistert sein. Die muss sich von uns übernehmen, mit uns gestalten in die Zukunft, für den ihre Zukunft und für den ihre Kinder. Da gibt es ja diesen Satz, dass der Wald enkeltauglich sein soll und das macht man. Ja, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich generell sehr verbunden mit dem Rohstoff Holz bin. Und dann ist mir das auch wichtig, dass ich den nachpflanze, dass auch zukünftige Generationen von dem Rohstoff profitieren können. Also mein Nachbar der Landwirtschaft mit einer Forstwirtschaft und da bin ich schon lange bei ihm. Und der hat mir immer gezeigt, was es so zu machen gibt. Und dann habe ich und mein Bruder langsam begonnen, und so ein bisschen Hecken schneiden und so. Mittlerweile sind wir eben da im Bischofswald und da am Baum platzen. Ihr Wald liegt uns am Herzen. Der Waldverband Salzburg mit Herzklopfen für einen Wald, an dem auch noch die Enkerl Freude haben werden. Musik 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 Musik